Moin Leute, heute nehme ich euch mal mit durch den Tag. In Algorfa geht hier jetzt die Sonne auf. Wie ihr sehen könnt, die Coaches sind schon unterwegs. Ja, ich darf euch sogar mitnehmen jetzt durch die Erwärmung, ein bisschen mittragen und auch mal erleben, was wir so in der Erwärmung hautnah erleben. Gut Zeit, auf geht's. Gut, man hat zwei Runden und dann hier rüber, bitte. Hallo ihr. Ich würde dich beobachten, Juli. Antritte, Position wechselt mit Antritten. Checko. Herr Busch. Heute stand ein bisschen das Umschaltspiel auf dem Plan. War eine super Einheit. Hat Spaß gemacht. Gleich geht's zum Mittagessen. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Der ist dann auch mit 10 Gegenton, oder? Hoi hoi, hab ich den drauf? Hab ich den drauf? Weiß ich nicht. Jetzt geht's mit euch zusammen mal in den Essensraum, wie ihr hier sehen könnt. Ich gehe nochmal rein. Hier sitzen wir. Der Essensraum. Wir hören uns dann höchstwahrscheinlich aus in der Mittagspause. Müh. Schöne Grüße von Müh aus der Mittagspause. Manu kriegt heute seine tägliche Packung. 1-0 Platense gegen Walvik. 1-0 Platense gegen Walvik. 1-0 Platense. 1-0 Platense. 1-0 Platense gegen Walvik. Erstmal wieder mit mehr Glück als Verstand gewonnen. Wie immer. 1-0 Platense gegen Walvik. Boah, meine Lose. Meister. Hallöchen. Sehr schön. Ihr habt alles am Start. Die Lose. So. Mit O. Einer dieser 539 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen kann jetzt dieses Trikot gewinnen. Das war genau dieser. Dieser Zettel ist es. Also der Gewinner ist der Kirby. Der Kirby. Du hast natürlich auch die Möglichkeit selbstverständlich unterschreiben. Auch mit Witwung. Wenn du das möchtest. Das ist gar kein Problem. Und jetzt schon mal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Gewinn dieses Trikots. Und ja. Damit ist das Gewinn später vorbei. Und wir sehen uns dann später auf dem Training. Da sind wir. Herzlich willkommen. Ja. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch. Ich hoffe ihr hattet heute doch einen kleinen Einblick mal in unseren Tag. Zumindest meinen Tag. Was wir so getan haben. Was wir trainiert haben. Duftet ja auch bei der Erwärmung dabei sein. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und werde jetzt mal trainieren. Ja. 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 Ja.